Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 15. Dezember 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 928. Heute habe ich die folgenden Themen. Google-Dienste, Konzept-Smartphone, Corona-App, Fitness Plus, Xperia 1, die zweite und sicheres Gaming. Ich beginne gleich mit den Google-Diensten. Die haben gestern einen gröberen Ausfall gehabt. Ich mag mich erinnern, irgendwann knapp nach dem Mittagessen kam meine Tochter zu mir und meinte, sie kann nicht auf YouTube, respektive YouTube Music zugreifen. Papa dachte zuerst an ein WLAN, Tick, aber war es nicht und hat dann festgestellt, dass Google nicht ganz so will. Google hat mittlerweile mitgeteilt, dass sie einen Dienstausfall hatten und da an hinteren Kulissen kräftig geschraubt haben. Vermehrt haben Nutzer circa ab zwei Uhr nachmittags dann vermeldet, dass die Dienste wieder laufen. Bei mir ist es zwar so, dass ich alle die einzelnen Dienste ansurfen kann und auch zum Beispiel bei Google Fotos ein bisschen durch die Fotos gehen kann. Was aber nach wie vor nicht geht, ist die Google-Bildersuche, sprich also in der Fotos-App oder im Fotos-Dienst drin die Suche. Ich wollte nämlich Weihnachtsbilder suchen, da ich die für den Social-Posts brauchte, aber konnte sie nicht raussuchen. Sehr, sehr ärgerlich. Bin mal gespannt, wie lange das geht, bis dann wieder alles funktioniert. OPPO soll oder will oder hat anscheinend gestern neue Geräte gezeigt, zumindest Konzeptgeräte. Ein Faltsmartphone soll das gewesen sein, das mit dem Designstudio Nendo ausgearbeitet wurde. Ein japanisches Designstudio übrigens. Und da hat man gezeigt, wie man das Telefon mehrfach falten kann. Nicht nur einmal zuklappen, sondern gleich zweimal ums Eck, also so quasi in drei Teilbereiche. Das unter anderem, um die Kamera ein bisschen anders gewinkelt auf sich selber zu richten. Klingt interessant, klingt spannend. Generell ist alles in dem Bereich natürlich erst dann interessant, wenn es auch bezahlbar für jedermann wird und es auch einen wirklichen Nutzen bietet. Dann gab es gestern Abend eine grosse Armada an Updates. Zum einen gab es Big Sur Updates, also für die Mac-Geschichten. Dann gab es iOS und iPadOS Updates. Es gab Apple TV Updates. Es gab Updates für die Uhr und so weiter und so fort. Aber das Erfreulichste, vor allem für die aktuelle Situation mit Corona etc., ist, dass Apple nicht nur 14.3 bei iOS rausgeschmissen hat, sondern auch ein Update für ältere Geräte, nämlich auf 12.5. Normalerweise liefert Apple da eher so Bugfixes und Geschichten mit, die man fixen möchte. So kleine Problemchen. Jetzt aber haben viele ältere Geräte auch die Möglichkeit bekommen, die Corona-App zu nutzen. Das sind zum Beispiel iPad Airs, die älteren Geräte, iPad 2 Minis und iPad Mini 3er, iPhone 5, 6 und so weiter. Finde ich sehr toll. Hoffentlich laufen die dann auch performante respektive, brauchen nicht allzu viel Akku, da ja da noch die älteren Bluetooth-Versionen drauf sind. Aber ich denke mal, da es nicht gleich zum Start mitgekommen ist, hat Apple da schon drauf geschaut, dass das Ganze dann auch sauber funktioniert. Und wer das noch nicht installiert hat, bitte tut es. Bitte, bitte. Genau. Apple Fitness Plus ist gestern Abend auch gestartet mit den ganzen Updates, die ich vorher berichtet habe. Können jetzt Nutzer aus Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien und logischerweise in den USA auf den Apple Fitness Service zugreifen. Natürlich mit Bezahlung und dann kann man den Fernseher und die Apple Watch und das iPad und das iPhone miteinander verbinden und man bekommt überall die Uhr zu Gesicht. Sprich, wie lange man schon an Rübung dran ist, wie die Herzgeschichte klingt oder tippt oder schlägt, besser gesagt. Und wie viele Kalorien schon verbrannt werden oder geworden sind. Sind. Deutsch. Ja, ihr wisst's. Genau, weiter geht's mit der Cardio Fitness Möglichkeit. Die Funktion wurde jetzt mit dem neuesten WatchOS auf der Version 7.2 und dem iOS 14.3 in Kombination freigeschalten. Wer also eine aktuellere Apple Watch hat, kann jetzt darauf zurückgreifen. Dann zu fast letzt kommt noch Sony Xperia. Ich habe euch ja vor kurzem mal erzählt, wann die einzelnen Sony Smartphones Updates bekommen. Bei Sony ist es jetzt gestartet mit dem Xperia 1, der zweiten Version. Das hat nämlich jetzt ein Update auf Android 11 ausgerollt bekommen. Ich muss meins gleich mal neu starten und dann bin ich gespannt auf das Update. Weiter geht's mit sicherem Gaming. Schön, die drei grossen haben sich geeinigt, nämlich Sony, Microsoft und Nintendo. Die werden in Zukunft zusammenarbeiten, um die Gaming Experience zu verbessern. So, dass nicht nur Kinder sicherer und einfacher spielen können, auch Erwachsene, dass das Ganze sicherer abläuft etc. Dazu haben sie sich zusammengetan, möchten da in die Technologie investieren und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt und wie das Ganze sich dann schlussendlich auswirken wird. Zu guter Letzt habe ich euch noch drei Videotipps aus dem eigenen Kanal. Zum einen ging in der letzten Woche ja mein Google Stadia Video endlich in der Schweiz und Österreich online. Dann habt ihr das Video zu den Google Pixel Buds, den In-Ear-Kopfhörer aus Google mit dem Knacks. Leider nicht ganz so zufrieden, aber das könnte Google noch ändern. Und mein Video zu der Fritzbox 6850LTE, die Box, die jetzt neu auch in der Schweiz erhältlich ist. Somit anschauen, wer noch nicht hat und gerne noch mag. Besten Dank an der Stelle, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.